dritter tag in toronto okay das stimmt nicht ganz ich habe nämlich einen bus zu den niagara fällen genommen und ja mehr gibt es dazu glaube ich nicht zu sagen weil die dürften ja jedem bekannt sein aus diversen dokumentationen so 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 Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020